Ein Fremder am Ende der Welt. Ein nettes Fleckchen Erde ist das hier. Sie betreten ein Privatgrundstück. Haben Sie vielleicht Arbeit für mich? Haben Sie schlechte Ohren? Überraschung. Ein Mädchen. Und wenn dich jetzt meine Mutter sieht? Am Ende ihrer Kindheit. Was brütest du gerade aus? Nichts. Du hast Geheimnisse vor mir. Jetzt siehst du, wohin das führt. Wir sollten einen Schlussstrich ziehen, bevor er uns verletzt. Du denkst wohl, du seist super klug. Kann sein. Du spielst mit dem Feuer. Jungen, die mit dem Feuer spielen, geht schnell die Luft aus. Ach ja. Ein Geheimnis. Am Rande. In deinen Augen sehe ich... Nichts. Du siehst nichts. ...entdeckt zu werden. Du brauchst jetzt meine Hilfe. Die brauchte ich noch nie von dir. Du vergeudest die Zeit. Ein packender, subtiler und bildgewaltiger Psychothriller, der an Hitchcocks Psycho erinnert. Sweet Angel Mine. Komm her, mein Engelchen. Du siehst und bist es. Du siehst du, mein Gewalt. Entdeckt. Untertitelung des ZDF, 2020